Ja, Hallihallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft Dragonflight in der Version 10.1.7 Wir sind hier in Winterquell Winterspring Sind hier quasi dadurch in Kalimdor über eine Quest von den Dracheninseln vom Azublauen Gebirge Sind jetzt hier und sind bei Harley mit der Quest Artefakte aller Orten Er sammelt 5 totemische Ruinen im versteckten Hallen Nehmen wir die Quest mal an, gibt 28 Gold und Silber, 10 Flugsteiner Wer hier scheint mich zu kennen, obwohl wir uns noch nie begegnet sind Seit meinem Erwachen habe ich viel Zeit investiert, mich über den derzeitigen Stand meines Schwarns zu informieren Viele Wege führten nach Winterquell Während das Gebiet bereits viel Wandel erlebt hat, seid ihr seine Konstante Dies war einst im Blauen eine Heimat Doch mir Ich würde gerne glauben, dass es wieder so sein kann, wenn meine Arbeit hier getan ist So, dann Müssen wir wohl nach hier oben Dauert ja ein bisschen Schön, Herkundet Winterquell haben wir abgeschlossen So, wir kommen dem Ziel näher Und da sind wir Und hier sind diese Wolken Totems Immer diese Zorne hier raus Ich meine meine Entschuldigung, dass wir uns dabei haben, könnten sie abdrehen, oder? Ich meine nicht optimale Ich werde euch da Ich werde euch das Ich mache euch da Ich werde euch das Und wenn ihr Ich werde euch das Ich werde euch das Eins müssen wir noch, das hier. So. Und dann können wir wieder aufmounten, können zurückfliegen. So. Das ist wirklich so an so einer Ecke, wo kaum jemand ist, ne? Also hier ist ja die ewige Warte, da sind wir ja ständig irgendwie gewesen. Na hier. Und hier waren auch eigentlich nie jemand. War immer leer. Glaube ich zumindest. So, und wir können jetzt bei Harley Artefakte aller Orten abgeben. 28 Gold und Silber, 10 Flugsteine. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Lasst gerne Like und Abo da. Schaltet auch gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt im YouTube-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.